So, wir sehen hinten die sogenannte Weaver, das heißt, wenn das Auto vorne steigt, dass es hier nicht überschritten ist, die Weaver. Und was hier in der Mitte von dem Auto ist, das ist ein Endfreischirm, das heißt, wir kennen die Schnellschnecke mit dem Endfreischirm aufgemacht und dann sind das Auto jetzt gerade unter den Schnellschirm. Ja, natürlich, die riesen, die Breiten-Sticks, das heißt, die Klerkoster-Dien wird eben komplett aufgeschnitten, damit jeder sagt, oh, da geht doch gar nicht mit dem Dragster. Burn-outs, Donuts, mega! Burn-outs haben wir schon nie gesehen, aber Donuts äußerst selten. Toller Schuhlauch! Burn-outs, 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 Burn-outs Vielen Dank.